Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen Stadion-Blog hier auf meinem Kanal. Freunde, wir haben den 32 Spieltag der Fußball-Bundesliga und heute trifft zum Abstiegskampf der VfL Bochum gegen Augsburg aufeinander oder auch der 17. gegen den 13. Es wird ein sehr, sehr nice Stadion. Ich glaube, ich lasse jetzt gerne mal einen fetten Daumen oben da, kostenlos Abo. Gestern waren wir auch in Köln, checken wir gerne ab und später sind wir auch noch in Dortmund. Das heißt, es wird sehr, sehr nice heute. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wir gehen jetzt erst mal das Essen. So, ich bin jetzt angekommen bei Ikea. Ich würde sagen, jetzt geht es erstmal schön frühstücken. So, das ist jetzt Essen. Hier haben wir die Pancakes. Hier noch einen schönen Kakao. 15 Minuten fahren wir jetzt hier hin. Auf geht's. Kurzer Ticketcheck. So sieht das heute übrigens aus. Hier, 25 Euro kostet es knapp. Das wird hinter ein Tor sein. Falls ihr in Bochum ein Stadion gehen wollt, kann ich euch empfehlen, parkt hier oder dort ein Parkhaus. Ist echt nicht weit. 500 Meter vom Stadion weg. Und ihr kommt auch super von dort aus wieder an die Autobahn. Ich kann euch echt nur empfehlen, wenn ihr mal hier seid, geht hier mal spazieren. Das wäre sehr, sehr schön. Da werden die Hochzeitsfotos gemacht. So, da sieht man auch schon das Stadion. Hier haben wir wieder. Bochum-Fans. Let das eigentlich sehr gut. Hier haben wir noch einen Stadion-Vlogger. Checkt den gerne ab. Das ist gerecht. Ich kenne den. Hier haben wir so die ganzen Augsburg-Voltras. Logisch. Eiser. Hier ist mir Reis umsonst vom Stadion. Die Stimmung vom Stadion ist eigentlich echt gut. Also vor allem ausgelassen. Es gibt hier umsonst Essen und Trinken teilweise. Und die Fans sind auch auf beiden Seiten komplett freundlich. So, let's go. Hier müssen wir jetzt rein. Ich bin jetzt drin. Erster Blick. Sehr sehr nice und die Augsburger, die schon warm machen. Das hier wäre jetzt unser Platz. Ich gucke mal, ob wir vielleicht später noch einen anderen kriegen. Weil ich weiß, ich glaube, das Netz stört euch, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Herzstück. Herzstück. Jetzt, jetzt, jetzt. Abgekehrt. Boah! Riesenstab. Boah! 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 Oh, die erste Chance. Dritte Minute. Ihr seht es gerade noch mal, auch ein schönes Tor, super Chancen. Okay, passt direkt die Antwort. Freistoß. Vierte Minute, Freistoß, Augsburg. Irgendwie Lauer. Das war wichtig, war eine gute Schwankheit. Erster Erkenntnis Spiel, sechs Minuten. Heike Augsburg. Oh, sehr stark. Jetzt aber schnell. Die Förderung zum Freigegenfall. Oh, das ist gut zu sehen. Sehen wir mal die Augsburg-Fans, tausend ungefähr sind mitgereist. Oben spielt sehr stark. Auf den zweiten Bällen passen sie immer direkt wieder zu kriegen. Werner hat das Tor geschossen und führt 1-0 gegen Schalke. Das macht der Riemann da eigentlich raus. Das ist das zweite Mal, dass der Stimme rausläuft. Ich glaube, das geht halt noch mal schief. 23 Minuten gespielt. Hochum ist echt stark. Auch zwei Kämpfe, wenn sie mal Ballverlust haben, sofort hinterher. Sie hätten das 2-0 machen können, so steht es 1-0. Aber die Leistung gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist der erste Schuss, der aufs Vorgang. Der sitzt direkt. Jetzt die Party. So steht es. 1-1. Oben hätte das zweite Locker machen können. Das ist die erste richtige Chance. Würde Schluber von Augsburg. Direkt dritte. Ecke fällt es 5-1. Sehr gut. Ecke. Echt bei Bochum. Einer Faust dran. Zweiter Ball. Es geht hier nicht rein. 3 Minuten gibt es Nachspielzeit. Ganz stark. Ecke. 1-2 Stunden. Leute, ich habe hier wieder Zuschauer getroffen. Die waren letztens schon hier. Wollt ihr mal grüßen? Mimi und Theo. Justus und Mattes auch. Liebe Grüße. Schönen Grüße an euch. Leute, ich muss euch erst mal entschuldigen, dass das Netz die ganze Zeit am Bild ist. Ich hoffe, man sieht trotzdem was. Können wir gerne unten in die Kommentare schauen, ob es trotzdem geht. Kurz Fazit ist, Bochum hat sich echt stark begonnen. Dann ist Augsburg besser ins Spiel reingekommen und es 1-1 gemacht gehabt. Und dann war es so eine kurze Phase. So 10 Minuten, wo Augsburg echt gut war. Haben auch Chancen gehabt. Dann hat Bochum sich gefangen gehabt. Und jetzt gerade die letzten 3 Minuten, bevor die Halbzeit zu Ende war, waren sie sehr stark. Ich hoffe, wenn mir das noch was passiert, wollen wir noch ein Tor fällt. 2. Halbzeit hat begonnen. Leute, er hat sein Herz wieder am Start. Ehrenmann auf jeden Fall. Es fängt hier voll an zu regnen, Leute. Die Forderungen rein, die gehen schon alle. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Fleisch aus Augsburg. Hecke, Bochum. Hecke, Augsburg. Hecke wurde kurz ausgeführt, aber er hat nicht reingehaut. Zweiter Ball. Starke ist gestreckt. Ein bisschen zu weit vorgelegt. Aber jetzt in eine andere Richtung, wenn es schnell geht. Starke Block am Boden. Kleine. So. Keiner zu eins. Tor. Bravo. Tor! Nach Kante... 2 zu 1, Torschütze, die 22, Christen Freie! Christen Freie! Christen Freie! Christen Freie! Wir haben Superpass aus, was schieben! Kevin! Schocker am 16 in der Ausbrüche. Tor! Tor! Origins wider以上! Erato Feier! Tor! 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 Ozilia! 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 Was ist hier los? Einfach in zwei Minuten zwei Tore. Das erste muss man sagen, war echt gut gemacht. Vor allem die Vorlage, aber im zweiten jetzt ganz, ganz stark. Machen wir einfach mal abziehen. Rasens nass abgeschafft. Tor, 3-1. Ganz wichtig. Oh, der singt jetzt auch durch. Gleiches für das Po-Bogen. Zwei. Ecke. 15 Minuten noch zu spielen. Ecke für den VfL. Falsches für die Augsburger. 52 Minuten. Lacken da Standard für Erzählung. War doch zu wenig. Also es gab glaube ich, dass ich vielleicht erst gefilmt habe. 2-1. Boah, Tor! Klingt so einfach. Jetzt steht 3-2. Jetzt nochmal Setup. Wenn sie in der Mitte Mann gegen Mann verteidigen, dann muss es auch klappen. So steht 3-2. Der längste Abgang war über die Wande. Der Spieler liegt da hinten noch irgendwo. Geht mal hinterher. Komm mal raus da Kollege, ich helfe dir. Sorry, dass ich da reingeschubst habe. Ja, es gibt hier 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt macht der Torwart hier schon die Flanken. Warum müssen wir so das Ding hier festhalten? 1-2. 1-2. 1-2. Jetzt sind nur noch eine Richtung. Ecke. Das ist die letzte Chance. Der Torwart ist von vorne. 2-3. 2-3. Das Spiel ist so aus! Das ist so wenig, wie der Sieg. Ja Leute, ich spiele es aus, Cochum hat 3-2 gewonnen, es ist so wichtig, dass sie wirklich, vor allem nachdem Schalke heute 6-0 gegen Bayern verloren hat, ich muss mich jetzt direkt auf den Weg machen nach Dortmund, denn die spielen heute gegen Gladbach, der Stadionvlog kommt später auch noch online, also checkt den gerne ab und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video, danke schön Leute, ciao und ciao mit Öl.